In diesem Kapitel behandeln wir die professionelle DVD-Gestaltung und fügen unserem Projekt ein DVD-Menü hinzu. Wir benutzen den Beispielfilm, der beim ersten Öffnen von Studio geladen wird. Sie können ihn auch über das Hilfe-Menü laden. Klicken wir auf die Disc-Registerkarte. In den Premium-Versionen von Studio ist es auch möglich, Blu-ray-Disks zu brennen. Da Sie bereits einen Film geöffnet haben, fragt Studio, ob Sie das Disc-Projekt für den geöffneten Film erstellen wollen. Wenn Sie auf die Disc-Registerkarte klicken, öffnet Studio eine Kopie des Films im Disc-Authoring-Fenster. Unten im Fenster wird in der Timeline eine Kopie Ihres Films angezeigt. Der Bereich darüber ist die Menü-Liste. Hier erstellen Sie Menüs, mit deren Hilfe Sie die Kapitel Ihres Films verknüpfen. Sie sehen außerdem eine kompakte Version der Bibliothek. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen professionellen Menüs, aber grundsätzlich gibt es zwei Arten. Hauptmenüs und Untermenüs. Ein Hauptmenü wird angezeigt, wenn Ihre DVD zum ersten Mal wiedergegeben wird. Über das Untermenü wählen Sie einzelne Kapitel Ihres Videofilms aus. In Hollywood-Filmen werden Untermenüs als Szenenauswahl bezeichnet. Und es gibt bereits die Schaltflächen Zurück und Weiter, falls Sie viele Kapitel haben. Wählen Sie dieses Menü-Thema. Ziehen Sie das erste Hauptmenü von der Bibliothek in die Menü-Liste. Sie sehen, dass das erste Kapitel bereits mit der ersten Schaltfläche im Menü verknüpft ist. Und am Ende eine Rücksprunganweisung gesetzt wurde. Nach dem Hauptmenü wählen Sie nun ein Untermenü und legen es in der Menü-Liste nach dem Hauptmenü ab. Klicken Sie im Untermenü auf das Kapitel-Assistent-Symbol. Dadurch erhalten Sie Hilfe bei der automatischen Erstellung von Kapiteln und Verknüpfungen. Sie haben folgende Optionen. Kapitel können an der optimalen Position platziert werden, etwa an Schnittpunkten oder alle 10 Sekunden, je nach gewählter Option. Wir können auch Kapitel-Marker an den Positionen der Timeline-Marker erstellen. Hier. Wählen wir Gesamtfilm und weisen wir Studio an, die Kapitel mit den Menü-Schaltflächen zu verknüpfen. Wir wollen nicht nach jedem Kapitel zum Hauptmenü zurückkehren, hier also kein Häkchen. Und jetzt auf OK klicken. Die Kapitel werden erstellt und hier in die Kapitelspur gelegt. Studio hat mehr Kapitel erstellt, als sie in einem einzelnen Untermenü vorhanden sind. Um diese Kapitel generieren zu können, hat das Programm weitere Untermenüs erstellt, damit wir genug Schaltflächen zum Verknüpfen unserer neuen Kapitel-Marker haben. Ganz schön schlau. Beachten Sie auch die Farbcodes der Menüs. Das Hauptmenü hat einen hellblauen Hintergrund und die Untermenüs sind gelb. Die Kapitel- und Rücksprungmarker haben dieselben Farben, damit wir wissen, zu welchem Menütyp sie gehören. Diese Marker zeigen uns, dass Sie die Szenenauswahl-Schaltfläche im Hauptmenü noch nicht mit dem zweiten Menü verknüpft haben. Tun wir das gleich. Klicken Sie auf das Hauptmenü. Nun ziehen Sie das Fragezeichen aus dem Vorschaufenster auf das erste Untermenü. Jetzt gelangen Sie über die Szenenauswahl im Hauptmenü zu den Untermenüs. Um eine Kapitel-Schaltfläche umzubenennen, klicken Sie auf den Schaltflächenzyklus, ändern Sie den Namen und fahren Sie mit der nächsten Schaltfläche fort. Benutzen Sie die Simulationsfunktion, um zu testen, wie die DVD in einem echten Player abläuft. Klicken Sie auf die Disk-Simulator-Öffnen-Schaltfläche. Nun klicken Sie auf die Kapitel-Miniaturen oder die Schaltflächen in der Simulator-Vorschau, um die Disk abzuspielen. Oder Sie navigieren mit den Pfeilen nach oben, unten, links und rechts durch die Menüs und Kapitel. Klicken Sie auf die Mitte, um eine Auswahl abzuspielen, wenn die dazugehörige Schaltfläche markiert ist. Wenn Ihr Meisterwerk fertig ist, brennen Sie mittels Export-Schaltfläche Ihre Disk oder erstellen Sie ein Disk-Image. Hallo, ich bin Paul Holz von Class on Demand. Dieses Einführungskapitel war nur ein schneller Überblick über das kreative Potenzial und die Flexibilität von Pinnacle Studio 16. Wenn Sie mehr über die Videobearbeitung mit der preisgekrönten Pinnacle-Technologie lernen möchten, der Millionen Anwender weltweit vertrauen, dann bestellen Sie Ihr Class on Demand Complete Training for Pinnacle Studio 16 auf der Pinnacle-Website. Im Namen von Pinnacle und Class on Demand Danke fürs Zusehen!